Ends hier! Ends hier! So einsteig die Hände in der Hohen Pausch und nicht einsteig jetzt! Wir quatschen sehr los in die Hände! Und jetzt geht noch diesen Profi an und den Oliqa 2010. Und beide Teams wollen jetzt natürlich nur eins gewinnen, aber ich bin gespannt, ob der König, der Falscher Hochschweihers, mit seinem Team und mit beiden Manni Hirschto und Markus Krampe, die auch reingegangen haben, jetzt wirklich siegreich wird. Und jetzt haben wir die Hohen Pausch, die ein bisschen Pause hatte und durch den Stau geweben konnte. Und bevor es los geht, meine Damen und Herren, ich habe eine tolle Information bekommen und er ist auch schon da. Ich weiß nicht, ob wir Fans haben von Borussia Dortmund, ist das so? Ja? Wir haben etwas ganz, ganz Tolles, einen Botschafter von Kinderladen LV. Es ist ein Bundesliga-Profi von Borussia Dortmund. So, nehmen sofort den Stichleichel von Rademann. Schön, dass Sie alle sehen! Herzlichen Dank, da hinten steht er! Wink mal, Manni! Wink mal! Da ist er! Du bist wirklich groß, aber ich bin nicht perfekt. So, seine Bedeutung, wo ist die Stimmung? Okay, das Finale kann beginnen. Und der Königskopfschlag, das ist sogar anfangs vor. Sie haben jetzt noch nur noch Maschini und dann ist es los. Und unser Angriff, Kinderladen LV, das Team von Maschino, der Gruppe beginnt ganz, ganz drinnen. Es ist für euch viel mehr Atmosphäre. Es ist für euch viel mehr Fußballstimmen. Das ist das große Video in Lühlein. Wo ist die Stimmung? Und warum? Gute Asperation ist, wir schon. Und jetzt hervorragend ist das noch schön geschossen. Klasse Parade ist hier. Im Team von Michael Zetter. Und jetzt, jetzt, jetzt sind die Älteste-Weltertrag. Daniela Zahn-Stimmchen-Frei. Markus Hacker, Bade. Und Manni. Und der Schuss! Parade, Transparade Team Vor. 3 in 2. Und wir haben das Parade. Und jetzt sind die Älteste-Weltertrag. Und jetzt sind die Älteste-Weltertrag. Und jetzt sind die Älteste-Weltertrag. Goooo! 1 zu 1. Mit der Schädigung. Daniela Zahn-Fentra. Nicht so zu der Schädigen-Bahn-Weltertrag der Zahn-Panale, ne? Und wieder Markus Kanzler-Fentra. Schön, dass wir heute kaputt sind. Und Manniabbe! Oh! Oh! Unverteid. Er hat die Älteste auch. Matzek Nobimama schon. Schuss! Oh! Eine volle Pumpe. Der Philippi-Weltertrag. Klar ist 1 zu 1. Und schon wieder Pfeffer. Letztes. Beim Team von Michael Zetter. Und langsam gegen die Hände fürs Finale. Wieder da oben. Unsinnige Hände. In Mühlein. Wo ist die Stimmung? Und feierbar. Die Säte-Weltertrag. Und noch Tor. Und noch Tor! Roger Schimmel. Bei Tervo Tor. Und jetzt geht's mit der Säte. 2 zu 1. Malini Maschise Bengler hat hier noch zugeschlagen. Er ist nicht der Chefslingfinger für mich. So ist der Name von mir. Und Söhner. Bin er eins für die Bundesliga. Der war nicht siebte. Wo ist ein Tor der Vier. Und jetzt ein Tor. Und auch bei der Maschinen-Truhe. Seine Gieß ab. Und wieder auf. Neu Parade. Neu Parade. Und jetzt geht's mit nach vorne. Michael Linder wieder an der Platsch. Einwurf Michael Linder. Und das Thema-Tippel von der Säte-Kneu. Berief ist die Säte. Aber es ist die Säte-Kneu. Der war mit der Ball. Wieder ein guter Auto vom Arge verlegen. Und... So wieder. Und jetzt die Möglichkeit. Die Möglichkeit. Für uns hier los. Und wir werden hier. Wieder Verteidigung. Und statt der Espresse jetzt. Alle Spieler von der Säte-Kneu. Wir bringen einen Traumschuss wieder. Und in der Ecke. Für. Für. Was Titi. Kindergarten. In der Ecke. Und. Tor. 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 Die Freistoß der Strafgefühl von Liga. Das macht sie wirklich mit Beikamme und wieder auf den Kibelschuss. Und die nächste Liga. Fliege der Liga bei dieser Böder. Wunderschönes Tor! Zwei Beide! Können Sie noch mal vorlesen? Wahnsinn! Zwei Beide! Der aus der ersten Partsektor ein Traumfinale wird schon... Die nächste Möglichkeit! Schöner Beide an die Stange! Eigentlich Frosten ist ein Stange sehr weit. Frosten hat mich mal wieder ein Wagen stehen. So! Wir sind noch immer, immer auf der Suche nach dem nächsten Tor. Denn das Finale kann natürlich nur einen Sieger geben. Und positiv die Fans von Michael Wendler! Wichtig! Wichtig besser! Wichtig besser! Danke gut! Schüner Beide an die Fl achter theat eine Wellen itself. Das beliebeste Knochen! Du bist so holl. Wie die generators der Gnolen wollen! I Embla�sch 2 2 in diesem Brittierung genau. Schüner Viets toème! flohen Sie! Quatschy?! Das ist r报hafte! Kommt, wir schicken Sie mal! Ja, es war nach Röntgen, es war die nächste Liga, die nächste Liga, die nächste Liga ist. Aber ein Ziel würde ich vom Insel und der Torwart hält natürlich die ganze Zeit. Wir sind uns sicher. Und Marie, sie kommt rein! Und ein Torwart! Jetzt haben wir es nicht. Man, die Maschine, wenn ja... Sieht, der wird fast ein Torwart. Und die Brauwer, die Brauwer werden sie rauszunehmen. Und das war ein Torwart. Sieht hier auch noch Marie! Und Marie! Und... Und... 4 zu 2 im letzten Liga. Der Team Kapitänik. 20 Knochen ist wieder gestritten. 4 zu 2 im letzten Liga. Und... 10 Knochen! Und... 3 zu 4! 3 zu 4! Und... ... die erste Liga! Oh nein! Die letzte Liga. Aber jetzt der Flüchtlinge. 5 zu 3! Warum muss die Knochen so eine Flüchtlinge jetzt aus? Und wir sind in der letzten Liga. Jetzt muss einiges passieren noch. die Es ist ein Tor, und es ist ein Tor! 6. Mai für 19. Mai! 6. Mai für 19. Mai! Wir haben eine Rekampeer, 12.11 für Pederath TV! Ihr gewinnt 19. Mai für euch! Wir beide vergessen eine riesen Applaus-Lösung Stimmung! Und jetzt sind wir gefeiert! Wir haben eine Rekampeer! Und jetzt ist es ein Lieblingsspartner von mir! 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 Das ist doch immer ganz...